Heute haben wir einen Wigelschritt gedreht. Wir haben einen Wigelschritt in der Degung. Wir haben eine selbe Emotion. Wir empfehlen, dass wir vor der Degung nicht zurückkommen können, sondern dasselbe im Bewegung. Dasselbe mit der Bewegung. Wir halten die Beine und die Hüfte in einer Schablone. Das, was zuerst geht, ist unser Oberkörper und dann folgt diese untere Schablone. Dann haben wir gesehen, dass die Drehung, die Drehung liegt von oben. Das heißt, die Richtung. Zuerst die Richtung und dann der Schritt. Denken wir, dass wir nicht extra Schwung holen müssen, sondern dass wir mit der Dissoziation arbeiten. Das heißt, wenn unser Oberkörper nach vorne sucht, dann werden wir die Drehung schaffen, ohne dass wir extra Schwung haben. Wichtig ist, dass wir schaffen, dass der Körper quasi in der Mitte bleibt, gerade bleibt und nicht geht. Und in dem Moment probieren wir das Gewicht von der Frau jetzt allein zuerst. Arzt und danach rückwärts rückwärts. Wir gehen drückwärts, lassen wir aber unsere Körper zu der Frau, damit das nicht passiert. Nur den Fuß nach hinten. Und es gibt diesen Moment, wo wir eine Brücke machen. Hier damit denken wir an unsere Linie, dass wir die Linienkörper behalten, dass sie zum Hut auf einem Bein stehen. Vielleicht stellen wir uns auch rechts ab. Und wir suchen die Linie auf diesem Bein, das heißt die Hüfte, Oberkörper und Standbein. Das ist dann eine Linie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus